Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zu Affinity Photo. Heute schauen wir uns die Develop Persona an und ich werde euch gleich zeigen, wie ich ein RAW-Bild entwickle und auch für meine Retouche vorbereite. Gleich nach dem Intro geht's los. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ansonsten in Capture One meine RAW-Entwicklung mache. Aber es war im letzten Video von mir ein Wunsch, dass ich ein Video in Affinity Photo mache zur RAW-Entwicklung. Den komme ich jetzt nach und da schauen wir uns das Ganze gleich einmal an. Wir haben, wenn wir ein RAW-Bild öffnen, dazu wähle ich gleich einmal eines aus. Das habe ich mir vorher schon vorgenommen, dass ich das als nächstes bearbeite. Wenn ich ein RAW-Bild in Affinity Photo öffne, dann wechselt der Affinity Photo sofort in die Develop Persona. Das heißt, wir sehen da hier gleich einmal bei unserem Programm, dass sich die UI verändert. Wir haben andere Werkzeuge, wir haben ein anderes Kontextmenü und wir haben andere Studio-Panels zur Verfügung. Das dient zur besseren Übersicht und ich finde es ganz gut, dass das so gelöst ist und es geht auch ziemlich schnell von der Hand. Wir haben hier jetzt einmal so ein Ansichtswerkzeug, mit dem wir unser Bild bewegen können. Wir haben dann ein Zoom-Werkzeug, da können wir dann im Bild reinklicken, gedrückt halten und dann können wir mit der Maus hineinzoomen. Und dann haben wir ein Tool für rote Augenentfernen, das habe ich aber an sich noch nie benötigt. Dann habe ich ein Tool für die erste Retusche in unserem Bild und dann habe ich noch Werkzeuge für Overlays, Overlays radieren und ein Zuschnitt-Werkzeug zum Beispiel. Da kann ich dann jetzt da hier, wenn ich mein Bild nicht wirklich in der Waage drinnen habe, beziehungsweise wenn ich meine Komposition nicht richtig habe, dann kann ich da hier noch ein bisschen dran herumschrauben. Ich kann hier noch auswählen, wie das Ganze eben von starten geht. Das heißt, ich kann jetzt hier noch sagen, okay, das nehmen wir so jetzt da zum Beispiel. Und ich habe mein Bild wieder in der Komposition richtig positioniert. Dann habe ich hier noch ein Weißabgleich-Tool. Weißabgleich haben wir zwar im Studio-Panel auch, aber ich würde immer empfehlen, ein Weißabgleich gleich zu Beginn machen. Bei Studio-Porträts ist es aber so oder auch bei Outdoor-Porträts, dass ich zuerst ein Bild mit einer Graukatte mache und dann in Capture One meinen Weißabgleich übertrage. Das würde ich aber ansonsten auch immer empfehlen, weil man sonst Farbabweichungen hat, die man so nicht haben möchte. Und es erleichtert zumindest das Arbeiten auch immer wieder. Machen wir aber trotzdem hier. Wir wenden das Werkzeug hier aus und klicken hier mal so drauf und schauen. Beim Hintergrund habe ich da eher einen normalen, neutralen Hautton. Ich konzentriere mich bei Porträts eher auf den Haut und wie der aussieht und nicht auf den Rest. Wenn das für mich passt, dann kann ich weiter in die Entwicklung gehen. Wir haben rechts die Studio-Panels und da ist genauso wie in Camera Raw von Photoshop, haben wir das Ganze in Registerkarten hier eingeteilt. Und da habe ich einmal einfach Objektiv, Tonwerte, dann kann ich Details verändern und dann habe ich noch die Overlays. Ich kann es aber nach meinem Workflow anpassen und kann die Registerkarten dann auch verschieben, wie ich möchte. Das mache ich gleich hier jetzt nochmal so. Ich habe hier meine Objektivkorrektur. Wenn ich auf mein Bild schaue, dann passt das an sich für mich. Ich kann aber hier sehen, welches Objektivprofil aktiviert ist. Das Affinity Photo erkennt bei mir, das ist okay, das ist ein Zeissobjektiv und da kann ich jetzt hier auch ein bisschen herumspielen, kann meine Korrektur noch durchführen. Im Normalfall ist es aber so, wenn das Objektiv erkannt wird und angezeigt wird, dass man da nicht wirklich viel Korrektur machen kann. Aber es ist ganz gut, wenn man da hier noch die Regler bedienen kann. Dann haben wir noch weiter im Programm, wenn man einzelne Bereiche, die müssen wir erst aktivieren mit einem Klick, das wären chromatische Aberrationen. Farbsäume, Objektiv-Vignette, die habe ich beim Zeissobjektiv sehr wohl. Da kann ich hier noch ein bisschen dran herumschrauben und dann kann ich noch eine Vignette nach Zuschitt nehmen. Farbsäume und chromatische Aberrationen schaue ich eher bei schwierigen Lichtverhältnissen oder wenn es einmal ein billigeres Objektiv ist, dann kann ich da auch nachschauen. Aber bei den Sony-Objektiven oder bei Zeissobjektiven braucht man das nicht wirklich machen. Gehen wir weiter in den nächsten Register-Tab. Wir haben dann hier die Belichtung. Da kann ich hier analog zu der Verschlusszeit meiner Kamera kann ich hier die Belichtung von meinem Bild ändern. Nachdem das im Studio aufgenommen wurde, brauche ich da nicht wirklich herumorientieren und kann da gleich mal so hier arbeiten. Was ich jetzt hier noch vergessen habe zu erwähnen, ich habe ja hier oben noch einzelne Button, die verschiedene Funktionen haben. Da kann ich hier zum Beispiel mal eine geteilte Ansicht, wenn ich hier schon mal was im Bild verändert habe, dann kann ich hier mal schauen, wie sieht mein Vorher nachher aus. Leider ist das aber so, dass nachher links ist und rechts mein Vorher. Das kann ich aber hier bei diesem Button hier ändern und dann habe ich das hier so eingestellt. Dann kann ich hier noch zusätzlich eine Spiegelansicht machen, da kann ich hier auch mal nachschauen. Ich habe aber hier wieder links ist nachher, rechts ist vorher. Das verändere ich gleich wieder und verschiebe das Ganze. Dann kann ich hier anschauen, wie war mein Bild beim reinladen in Affinity Photo und was habe ich schon gemacht und da habe ich direkt einen Vergleich. Können wir aber hier jetzt einmal ausblenden, können wir es mal hier so lassen und weiter im Programm. Wir können hier noch weiter das Bild drehen und dann haben wir hier noch einen Assistenten, wo wir diverse Einstellungen machen können. Wie das Ausgabeformat ist, welche RAW-Engine eingestellt werden soll und so weiter. Ganz wichtig finde ich rechts die Button, die mir anzeigen, ob hier irgendwo im Bild Bereiche geklippt sind, das heißt abgeschnitten sind und wo ich außerhalb von meinem Dynamikumfang wäre. Das wäre hier zum Beispiel bei den Lichtern so und gelb zeigt mir hier die Mitteltöne an. Die kann ich hier ganz leicht korrigieren, da könnte ich hier zum Beispiel bei der Belichtung ein bisschen runter gehen oder Helligkeit. Dann sieht man hier schon, dass das Ganze verschwindet. Mein Problem ist aber hier, dass das Porträt dann auch nicht so ist, wie ich das gerne haben möchte. Ich habe das schon so fotografiert, dass das ein bisschen heller ist und die können wir hier jetzt wieder auch ausblenden. Also wenn ihr nachschauen wollt, zum Beispiel bei Landschaftsbildern, wenn euer Bild irgendwo ausfrisst oder absauft bei den Schwarzwerten, dann könnt ihr das hier nachsehen und dann könnt ihr das hier auch dementsprechend korrigieren. Die nächsten Regler in unserem Belichtungsbereich hier haben wir für den Schwarzpunkt und für die Helligkeit. Und da können wir schon erste Kontrasteinstellungen machen. Und ich lasse das aber bei Porträts dann eher am Anfang neutraler. Ich gebe nur eine kleine Richtung vor, wie der Kontrast dann nachher sein soll, weil ich das Ganze bei der Retouche dann eher neutraler brauche. Da tue ich mir dann leichter, mein Workflow ist schneller und ich kann am Schluss genauso gut meine Kontraste noch einstellen. Beziehungsweise mache ich das sowieso mit Dodge & Burn auch zusätzlich. Weiter im Programm, wir haben hier dann noch den Bereich Verstärken, der ist auch für unser Kontrast hier zuständig. Dann habe ich hier den Klarheitsregler, der mir die Mittelkontraste erhöht oder senkt. Je nachdem, wie weit ich da geht. Ich würde aber hier auch eher sogar ein bisschen Retou gehen. Das macht bei Porträts die Haut ein bisschen flacher, beziehungsweise nicht so detailreich. Das heißt, ich pulere ein bisschen ab das Bild und dann tue ich mir nachher auch bei der Retouche leichter. Kleiner Typ hier am Rande. Dann haben wir noch zwei Regler, das ist einmal Sättigung und Leuchtkraft. Sättigung erhöht und erniedrigt, senkt uns die Sättigung im kompletten Bildbereich. Im Gegensatz zur Leuchtkraft, das ist genauso wie der Dynamikregler in Adobe Lightroom oder in Camera Raw. Da haben wir hier nur Bereiche, die eine Sättigung bedürfen. Die werden hier angetastet, das ist jetzt hier im Bild zum Beispiel Rot- und Gelbdünne. Die werden hier erhöht oder abgesenkt. Hier eher im Gelbbereich als im Rotbereich, die haben hier noch immer vorhanden. Wenn ich das Ganze hier bei der Sättigung mache, dann habe ich hier ein komplett monogrammatisches Bild, kein Schwarz-Weiß-Bild. Das ist einfach nur Entsättigung der Farben, das ist kein Schwarz-Weiß-Bild. Wenn ihr dazu ein eigenes Video haben wollt zur Schwarz-Weiß-Konvertierung bzw. Schwarz-Weiß-Bilder in Affinity-Foto machen, dann schreibt es mir in die Kommentare und es wird demnächst einmal dann auch kommen. Gut, gehen wir weiter im Programm. Wir haben dann den Weiß-Abgleich, den haben wir hier vorher noch eingeschaltet. Wir können hier aber noch mit den Reglern, mit der Farbtemperatur, mit der Tönung noch ein bisschen arbeiten. Ich habe hier noch einen leichten Grünstich gehabt, den nehme ich hier jetzt dann auch raus. Ich möchte das eher im Magenta-Bereich haben. Dann sieht es für mich gesünder aus, als wenn ich das grün habe. Das ist leider so bei Sony-Kameras, dass das immer wieder auch leicht ins Grüne driftet, das kann man aber leicht wieder korrigieren. Dann haben wir noch weiter hier unten Schattenlichter, da können wir auch wie oben unsere Schatten noch dementsprechend einstellen. Das ist auch wieder eine Variante, wie wir unsere Kontraste erhöhen oder senken können. Da mache ich hier nur kleinere Korrekturen und dann haben wir jetzt zum Schluss noch einen Bereich, der nennt sich Profile. Wenn wir den aktiviert haben, dann können wir uns hier anschauen, was das Ausgabeformat für die Fotopersonen nachher ist. Das heißt, wir haben hier Adobe RGB, Apple RGB, meine Druckerprofile habe ich hier oder Monitorprofile vom Papier und so weiter. Aber nachdem ich hier nachher retuschieren möchte, brauche ich die Adobe RGB, der größere Farbraum, ich sehe mehr Farbdetails auf meinem Monitor und kann dann auch besser arbeiten. Wenn ich das nachher dann eben für das Internet exportieren möchte, dann kann ich das sowieso konvertieren oder umrechnen in SRGB. Das mache ich aber dann nachher beim Export einfach. Oder wenn ich das für einen Druck brauche, dann muss ich dann eh entweder das Papier einstellen oder mein Druckerprofil. Als nächstes Registertrepp wäre dann die Tonwerte. Wenn ich da hier jetzt dann nochmal so reinschaue, da habe ich jetzt hier gar nichts. Okay. Ich kann die Kontraste hier einstellen. Ich habe hier meinen Schwarzpunkt, meinen Lichtpunkt und dann habe ich hier noch die Mitteltöne. Und hier kann ich hier leicht, wenn ich eine leichte S-Kurve mache, kann ich hier auch meine Kontraste einstellen. Das Problem aber hier bei der Gradationskurve ist, dass man hier, sieht man vor allem an den Haaren, dass hier Sättigung hinzugefügt wird. Deswegen lasse ich das hier draußen und mache das nachher einfach mit Dodge & Burn weiter. Dann haben wir hier noch weitere Bereiche für Schwarz und Weiß Konvertierung. Das wäre dann wirklich die Konvertierung. Das heißt, ich kann hier noch je nach Farbkanal den Regler bedienen und wenn ich den nach rechts drehe, dann habe ich eine hellere Farben in diesem Bereich. Und wenn ich den dünkle drehe, habe ich dann dünklere Farben. Grün habe ich hier im Bild nicht. Ich habe genauso auch keine Blauwerte. Hier auch keine Züren. Magenta könnte ich schauen. Das sieht man hier nur unten beim Haarensatz, beim Tattoo hier, dass sich hier ein bisschen was tut. Und dann habe ich hier noch meine Gelbtöne, da kann ich hier auch noch ein bisschen beim Hauttonen ein bisschen nachhelfen. Beim Splittoning, das verwende ich an sich nicht wirklich, weil ich kann hier noch kreativ meine Farben einsetzen. Zum Beispiel, wenn ich hier Blau und Gelb mache, dann kann ich hier sowas machen. Kann man machen, muss man nicht. Ich mache es eher gar nicht. Also interessiert mich auch nicht so wirklich. Schwarz-Weiß und Splittoning habe ich hier eben unter dem Register Tonwerte. Dann kann ich hier noch Details verbessern oder Rauschen hinzufügen oder reduzieren. Detailsverbesserung im Sinne von Vorschärfen von meinem Bild. Würde ich aber in den meisten Fällen nicht empfehlen, dass ihr euer Bild vorschärft. Macht das eher am Schluss. Ihr bringt euch, wenn ihr das Bild vorschärft, bringt euch mehr Probleme ins Bild. Ihr müsst es länger bearbeiten und vielleicht mehr Sachen korrigieren. Habt vielleicht Tonwertabrisse dann schon und würde ich eher am Schluss machen. Rauschen hinzufügen oder reduzieren. In den meisten Fällen bei der Studiofotografie schere ich mich nicht wirklich ums Rauschen. Wenn ich mal die Milchstraße fotografiere oder in der Nacht fotografiere, dann kann man es reduzieren. Mache ich aber eigentlich fast gar nicht. Was ich hingegen sehr wohl mache, das ist aber auch eher am Schluss meiner Bearbeitung, das ist Rauschen hinzufügen. Das ist vor allem, wenn ich Bilder ins Web hochladen möchte, dann füge ich Rauschen hinzu. Das beugt mir Bending vor. Das heißt, wenn man diese Tonwertabrisse im Bild, dann wird das Bild nicht so stark komprimiert beziehungsweise hat man dann nicht solche Tonwertabrisse, wie wenn man das bei normalen Bildern exportiert. Zum Schluss beim Register Overlays, da kann ich dann noch Bereiche im Bild aufhören oder abdunkeln. Ich mache da jetzt einfach hier mal mit dem Overlay-Pinsel hier mal ein Overlay rein. Und ihr könnt euch das Ganze nachher vorstellen. Wir haben hier jetzt ein Pinsel-Overlay und das Master ist quasi unser normales Bild. Das Pinsel-Overlay ist wie eine Ebene in der Fotopersona, also wie unser Papierstapel, unser berühmter. Und wenn ich jetzt hier Korrekturen einmachen möchte, zum Beispiel wenn ich hier die Belichtung runter setze, dann sieht man hier, okay, in meinem Bild hat sich was getan und es wirkt sich jetzt hier nur auf mein Overlay aus. Dann habe ich hier noch, wenn ich unten hier reinschaue, habe ich hier auch noch meine Werkzeuge. Ich kann das Ganze hier eben auch mit einem Verlaufswerkzeug machen. Das funktioniert auch ganz gut. Das funktioniert aufs selbe Prinzip, nur habe ich hier eben einen Verlauf. Gehen wir hier noch einmal ein bisschen rein. Schauen wir mal, ob das funktioniert, ob man da Affinity Photo was hinzufügt. Gehen wir mit der Belichtung Helligkeit drauf. Nein, funktioniert gar nicht. Lassen wir. Zum Schluss machen wir nochmal einen Vorher-Nacher-Vergleich. Ich habe jetzt da hier wieder mein Nachher rechts und mein Vorher links. Da können wir hier schauen, okay, ich habe ein bisschen Kontrast erhöht. Das ist nicht viel, aber man hat ein bisschen was gemacht. Ein weiterer Punkt, den ich noch in meiner Raw-Entwicklung mache, das ist eine kleine Hautretouche. Das ist auch in Affinity Photo möglich. Da haben wir hier unser Tool für Schönheitsfehler verwenden und da gehe ich dann auf 100% ran. Wir haben da unten noch ein paar Register, die jetzt nicht unbedingt mit der Raw-Entwicklung zu tun haben, aber da können wir uns akkurater ans Ganze rantasten. Wenn ich da jetzt einfach nur reinklicke, dann habe ich hier von Affinity Photo immer so eine Vorgabe. Schneller geht es natürlich, wenn man da hier jetzt drauf drückt und dann kann man hier mit gedrückter Maustaste kann man hier den Bereich auswählen und das geht dann auch dementsprechend schneller. Das werden wir jetzt hier bei diesem Bild gleich mal machen. Schauen wir mal, ob das hier beim Haar auch noch gut geht. Nein, nicht wirklich. Können wir jetzt wieder entfernen. So. Und hier auch. Alles kriegt man leider nicht mit dem Licht weg vom Studio, aber das meiste. Also gute Visa bestellen oder buchen und dann auch das Licht dementsprechend einstellen, dann hat man weniger Probleme nachher bei der Hautretusche. Dann haben wir hier diesen Punkt, wo auch immer der jetzt daherkommt. Hier haben wir einen kleinen Fleck, den wir wegmachen müssen. Hier noch. Hier, den mache ich auch weg. Machen wir den Pinsel hier noch ein bisschen kleiner. Vielleicht geht sich der da aus. Hier noch. Und wir haben schon ein bisschen Vorarbeit geleistet für unser Portrait. Und je mehr ich in der Raw-Ebene schon machen kann, Ah, das sieht man jetzt da. Okay, es hat Capture, äh, Affinity-Foto natürlich. Bereiche ausgewählt, die ich nicht haben wollte. Dazu muss man jetzt da entweder rauszoomen. Mit der gedrückten Steuerungstaste geht das. So, schauen wir nochmal so. Hier. Gut. Da haben wir noch ein paar Bereiche da unten. So. Ja, den Bereich kann man auch noch mitnehmen. Gut. Und jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Okay. Mal wieder rauszoomen. Und dann setzen wir hier einfach so her. Bestätigen das Ganze. Und es schaut ganz gut aus. So. Und unser Vor-Nachher-Vergleich. Links nachher, rechts vorher. Und wir sehen, dass er bei unserem Bild ausgemacht wurde. Und wir können jetzt dann weitergehen in unsere Fotopersona. Dazu müssen wir einfach jetzt dann nur mehr auf entwickeln gehen. Und das Bild ist fertig entwickelt dann. Das rechnet jetzt der Affinity-Foto ein bisschen nach. Dauert im Normalfall nicht so lange. Und dann können wir weitergehen mit unserer Bildbearbeitung in Affinity-Foto dann. So, das wäre jetzt einmal fertig. Und ich würde für meinen Teil jetzt dann als nächsten Schritt in die Liquify-Persona gehen. Und da gehe ich jetzt einfach nur her und tue das nachher ein bisschen gerade richten noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. In der Videobeschreibung habt ihr dann noch einige Links zu Capture One noch dazu. Und auch zu meinen Social Media Auftritten. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin dann. Ciao Leute. Ciao Leute.